Hallo zusammen, ich hier Süddeutschla und heute bin ich mir nicht für euch in World of Warcraft unterwegs, sondern wieder auf einer Webseite, die sich rund ums World of Warcraft Universum dreht, und zwar diesmal auf Tradeskill Master. Tradeskill Master ist die Webseite zum Addon Tradeskill Master, das kennt vielleicht der eine oder andere. Wer es nicht kennt, ich habe letztens einen Einsteiger-Guide zum Tradeskill Master Addon gemacht, beziehungsweise zur App, die es dazu auch gibt. Dementsprechend werden wir da jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen, sondern uns wirklich nur die Features der Seite angucken. Wir machen jetzt einmal den Vollbildmodus aus und gucken mal, was es hier auf der Seite gibt. Hinkommen tun wir einmal, wenn wir Tradeskill Master.com eingeben. Ich werde es euch einmal in der Infobox verlinken und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Als allererstes sehen wir, dass wir hier verschiedene Tabs haben. Wir haben einmal einen Installierungsbutton für TSM, das ist nämlich hier einmal die App und mit dieser App könnt ihr quasi, hier haben wir ein kleines Bild davon, mit dieser App könnt ihr quasi verschiedene Server eintragen, wo ihr die Auktionshausdaten runterladen wollt. Die lädt ihr dann die ganze Zeit nebenbei runter, alle halbe Stunde oder so in etwa. Und dann habt ihr ingame quasi die Preise stehen. Das ist eine praktische Sache. Ich habe die App auch runtergeladen. Wie gesagt, in dem Einsteiger-Guide habe ich auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und die füttert dann quasi das Add-on, das ihr ingame habt mit Daten. Und dann könnt ihr sehen, das Item ist so und so viel wert und direkt auch Sachen kaufen oder verkaufen. Gut, das ist das Erste, was wir hier am Tab haben. Das Zweite ist ein Hilfetab. Wenn wir da drauf drücken, dann kommen wir einfach auf eine Seite, wo wir verschiedene Untermenüs haben. Da kriegt man Hilfe fürs Add-on, für die App, für die Seite, alles Mögliche. Ich denke mal, das brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. Dann gibt es einen Blog von TSM, wo die auch immer wieder zeigen, was die Neues machen und was es Tolles gibt. Habe ich noch nie reingeguckt, um ehrlich zu sein. Brauchen wir uns auch nicht angucken. Dann gibt es Ledger oder wie man das auch immer ausspricht. Das ist quasi eine weitere Seite, die TSM auch betreibt. Dann kann man seine ganzen Verkäufe auch hier online einsehen. Also sprich, hat es nicht nur ein WoW drin, sondern hat es halt auch mobil dabei. Ob man das braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich brauche es tatsächlich nicht. Ist aber anscheinend dann nur interessant, wenn man auch Premium-Mitglied ist und das automatisch hier hochgeladen wird. Das nutze ich auch nicht, werden wir uns das auch nicht im Expliziten angucken. Dann gibt es hier noch einen Premium-Button, wo ihr halt verschiedene Bonis mehr kriegt. Im Endeffekt, dass es automatisch diese TSM-App updatet oder beziehungsweise über die App dementsprechend das TSM-Add-On updatet. Dann Prio-Access für die Beta und solche Sachen auch jetzt nicht sonderlich interessant für uns. Ich bin auch kein Premium auf der Seite. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was ich so auf der Seite mache, beziehungsweise für was ich sie nutze. Also, wir haben hier verschiedene Untermenüs und da haben wir einmal das Erste, was ich auch wirklich regelmäßig nutze. Und das ist Black Market Auktionshaus. Und da drücken wir mal drauf. Und hier können wir jetzt die verschiedenen Black Market Auktionshäuser, also sprich, das sind die, wo Blizzard selber Gegenstände einstellt. Das ist nicht das normale Auktionshaus, sondern da, wo jeden Tag, ich glaube, wann ist denn das? Ich glaube, kurz vor zwölf abends, um halb zwölf müsste das sein, kommen ein paar Items rein. Viele, die auch nicht mehr im Spiel sind, die rausgepatcht sind, dann kann man halt mit den anderen Spielern auf dem Server drauf bieten. Da bin ich ja auch dabei und waste einen Haufen Gold rein. Und hier ist das Schöne, man muss die Chars nicht durchlocken und zu den einzelnen Händler oder zu den einzelnen Verkäufern gehen von diesem Black Market Auktionshaus, sondern man kann hier einfach, wenn man auf mehreren Servern ist, schön das durchgucken. Ich mache es auch manchmal, wenn ich nur unterwegs bin, gucke ich, ah, muss ich heute pünktlich in Anführungszeichen zu Hause sein, so um 19 Uhr, halb 8 Uhr, um dann noch irgendwas mitzunehmen, was auktionstechnisch drin ist. Ist eine schöne Sache, wenn man das auch mobil abrufen kann. Und da gucke ich dann zum Beispiel hier durch, Black Market Auktionshaus, schaue dann ein paar Server, wo ich bin, zum Beispiel sage ich jetzt mal Antonidas, da muss man mal gucken, dass man EU und US unterscheidet. Und kann dann durchgucken, okay, was ist drin? Aha, das ist Schurken-T3, das ist ein Ketten-T3-Teil, dann haben wir hier irgendein Warforge-Ding aus MOP, das brauche ich alles nicht, die Illusion, brauche ich auch nicht irgendeinen Pet. Und das ist noch ein T3 von, ja, hier ein Stoff, was ist denn das, Plague? Ist wahrscheinlich Hexenmeister, oder? Ich habe keine Ahnung. Shadow Bolt, ja, wird wahrscheinlich Hexenmeister sein. Und hier kann man die Items dann auch noch anschauen und sieht halt auch, okay, wie hoch ist der aktuelle Beat-Preis, wie lange ist das Ding noch drin? Und wenn man das auch verkaufen kann, dann sieht man auch im Verhältnis dazu den Global Market-Preis. Und der zeigt einem so ein bisschen an, okay, lohnt sich das vielleicht, einfach nur rauszukaufen, um das Item dann wieder ins Auktionshaus, ins normale Auktionshaus einzustellen und vielleicht ein bisschen Gold zu machen. Da gibt es ein paar Pads, bei denen sich das lohnt und auch ein paar andere Items, zum Beispiel sind da auch TCG-Mounts drin. Und dann können wir jetzt hier mal reinschauen, hier dieses Item habe ich jetzt rausgezogen, da kriegt man dann noch ein bisschen mehr Infos. Man kann sich auch irgendwelche Notifications für einzelne Items stellen lassen, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Und ich glaube, da muss man auch, ich weiß nicht, ob man da für Premium-User schon braucht, aber es kann sein. Und hier gibt es dann auch wieder alle möglichen Links, wenn man jetzt nicht genau weiß, was das für ein Item ist. Kann man dann auch sich weiter linken lassen auf www.head und hat dann da noch ein paar mehr Infos, sieht dann auch, wie es aussieht, ne, wenn ihr das wollt. Genau, also Black Market, dafür nutze ich es. Und ihr könnt wirklich so viele Server, also es sind alle Server hier drin, R-E-D-A, einmal vertippt, könnt ihr euch alle Instant anzeigen lassen. Manchmal dauert es ein bisschen, bis es lädt. Zum Beispiel hier haben wir den Tabard of Flame, also den roten Wappenrock drin. Der ist nicht mehr im Spiel, ist ein TCG-Item und sowas bin ich zum Beispiel am Suchen. Oder hier, seht ihr, da ist ein Pad drin, für 2.900 Gold ist es gerade und das hat einen Market-Wert von 90.000 hier auf dem Server und Global von 23 K. Also das würde sich vielleicht sogar lohnen zu kaufen, wenn es nicht dann am Ende noch extrem hoch geht. Genau, also das ist das eine Feature, was ich auf jeden Fall täglich nutze. Das andere, was wir haben, ist hier Great Deals. Das nutze ich tatsächlich gar nicht, kann aber praktisch sein für manche Items. Es zeigt euch einfach an, Sachen, die jetzt auf dem Server R, da in dem Fall im Auktionshaus sind, für wie viel sie drin sind und für wie viel sie normalerweise im Ream drin sind oder im Global. Und sagen wir jetzt hier irgendein Bömmchen, das ist für 1 Silber drin, normalerweise ist es für 10 Silber und global ist es halt für 200 irgendwas drin. Heißt, damit könnte man vielleicht Plus machen, das würde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht kaufen. Man muss dann hier tatsächlich gucken, okay, sind das Sachen, die Sinnig irgendwer haben möchte oder ist das irgendein Mist, der da drin ist. Weil die Seite zeigt euch einfach bloß an, okay, ist was extrem günstig drin, im Gegensatz zu für wie viel es sonst auf dem Server oder global drin ist. Wenn es natürlich irgendein Mist graues Item ist, das halt sonst irgendwie immer für 10.000 Gold drin ist und jetzt für 2 Silber, aber für 2 Silber will es halt trotzdem eigentlich keiner haben. Deswegen muss man da noch gucken. Ich gucke da bei den Great Deals tatsächlich nicht rein, aber es kann manchmal sein, dass da Sachen drin sind, bei denen es sich tatsächlich lohnt. Also da könnte man ab und an mal reingucken aufs Time-Server. Vielleicht kann man irgendwas finden, wo es Sinn macht. Hier gibt es auch einen Export, eine Exportfunktion hier unten. Das kann man sich in das TSM-Add-on rein exportieren oder dort dann halt importieren und dann hat man das direkt im Add-on und kann direkt die Sachen rauskaufen. Habe ich aber, wie gesagt, auch noch nicht großartig gemacht. Ich finde, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, was man da kauft. Ja, ich denke mal, vielleicht bei dem Rezept könnte es sich lohnen, das für 200 zu kaufen und für 2K dann vielleicht in 1-2 Wochen zu verkaufen. Das könnte sich rentieren bei sowas. Genau das andere, was ich dann aktiver genutzt habe, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, ist Pet Comperson. Und das ist recht praktisch. Zum Beispiel, ihr habt auf zwei Servern Gold und überlegt jetzt, okay, ich würde jetzt gerne mit ein bisschen Hin und Her Handeln Gold machen. Dann wählt ihr zwei Server aus. Ich habe zum Beispiel hier oben Eryta und Equin drin. Und dann könnt ihr hier schön draufgehen auf den vorletzten Reiter, die Gold-Differenz. Und dann seht ihr, okay, es gibt hier einen Pet, die Leberer-Ratte. Die ist bei 76.000 auf Eryta. Und im Durchschnitt ist die bei 195.000 auf Equin. Wenn ich die auf Eryta kaufe, in den Käfig einpacke und auf Equin wieder verkaufe, dann würde ich halt, für den Fall, dass sie dann verkauft wird, das müsst ihr natürlich auch mal wissen, für 119.000 vertickt. Jetzt müsst ihr oder solltet ihr am besten auch ein bisschen gucken, okay, wie hoch ist der EU-Preis. Das ist nämlich der Durchschnitt aus allen EU-Reams. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr sowas macht, mal ein bisschen zu gucken, okay, kann ich auf einem Server was sehr günstig kaufen und auf dem anderen wieder teurer verkaufen, aber auch den EU-Preis ein bisschen zu berücksichtigen, weil hier zwischen 76k und 78k ist jetzt kaum Unterschied. Ja, und es kann halt dann sein, dass es auf Equin der Preis auch wieder runtergeht, dass es dann nicht verkauft. Und Pads sind eine langwierige Geschichte. Pads verkauft ihr nicht schnell. Ich habe mit diesen Pet-Compressions-Geschichten auf teilweise 10 Servern Pads hin und her verkauft. Damit macht ihr Gold, ja, aber ihr investiert auch sehr viel Zeit rein, die ganzen Pads immer wieder zu leeren, in den Käfig zu packen, wieder auszupacken. Also es ist eine zweischneidige Sache und es verkauft sich halt nur sehr, sehr langsam. Ihr müsst halt eine große Menge an Pads haben, dass ihr überhaupt regelmäßige Verkäufe habt. Also da muss man ein bisschen gucken. Es ist eine gute Möglichkeit, Gold zu machen, vor allem, wenn man jetzt sich Pads holt, die relativ selten sind, die auf einem Server vielleicht gar nicht drin sind, auf einem größeren Server die Pads zu kaufen, auf einem kleineren Server die wieder zu verkaufen, wo dann vielleicht Leute hocken mit viel Gold und nie diese Pads im Auktionshaus sind. Das kann sich tatsächlich lohnen. Muss man aber immer mit, wie gesagt, ein bisschen Vorsicht genießen. Das ist eine schöne Sache. Wie gesagt, habe ich eine Weile gemacht, habe ich auch gutes Gold mitverdient, aber man muss immer auch im Hinterkopf bewahren, da geht viel Zeit drauf. Das ist definitiv gut. Dann haben wir jetzt noch zwei Sachen hier unten, und zwar Groups und Profession. Und bei Groups könnt ihr jetzt verschiedene Sachen auswählen. Wir können alle Gruppen, meine Gruppen oder Top-Gruppen auswählen oder auch eine Create, also eine Basteln. Hier ist es so, dass das so Gruppen sind, die ihr in das Add-on importieren könnt oder exportieren. Ich habe jetzt hier oben schon eine aufgemacht. Ach nee, wo habe ich sie? Hier habe ich eine aufgemacht. Manchmal laden die ein bisschen lang. Und ihr seht, da sind Item-IDs drin, und die könnt ihr einfach mit diesem Import-String im Add-on einmal reinkopieren. Und dann habt ihr halt diese ganzen Items, die jemand schon mal festgelegt hat, könnt ihr euch da reinkopieren. Das ist aber nur eine Geschichte, wenn ihr von anderen Leuten quasi das übernehmen wollt, für das TSM-Add-on. Hat jetzt explizit mit der Seite eigentlich weniger zu tun. Und das Letzte, was wir da noch haben, sind dann irgendwelche Profession-Sachen, wo ihr hier mit den ganzen Preisen und den ganzen Profession-Sachen einfach nachschauen könnt. Nutze ich aber eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen kann ich da jetzt zu nichts anderes mehr sagen. Gut, das war es eigentlich soweit. Zusätzlich haben wir oben noch eine Funktion, da könnt ihr alle möglichen Items suchen oder auch Verkäufer suchen. Nutze ich eigentlich auch nicht sonderlich viel, weil man da nur auf Englisch suchen kann. Ich habe noch keine Funktion gefunden, wo ich das umstellen kann. Ich nutze dafür für solche Suchsachen eine andere Seite, das Undermine-Journal. Die werde ich euch, denke ich, mal beim nächsten Mal vorstellen. Also sprich, man könnte bestimmt die Suchsachen auch über TSM machen, aber Andermine-Journal finde ich da schöner. Da kann ich auch auf Deutsch suchen, denn ich benutze den deutschen Client. Und wenn ich jedes Mal auf Fairway hätte mir das umübersetzen lassen, das ist mir dann tatsächlich zu aufwendig. Gut, das war so die kleine Seitenübersicht, die ich euch liefern wollte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn ich die nächste Seite vorstelle. Eutela, bis dann, ciao.